Und es geht direkt weiter. So, mittlerweile haben wir alle Abenteurer bei uns in der Stadt einziehen lassen. Ist ja schon mal sehr fein. Was ist denn hier oben los? Ja, ist klar, Junge. Ha, was mach ich nur, was mach ich nur? Ha. Mhm, 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 mhm. Das schaffst du? Ja, schaffst du. Jawohl. Oh, Tag. Was ist denn ein Tag? Tag. Plündern, plündern, macht Spaß. Plündern, macht Spaß. Hey, hey. Uh, was ist das denn auf... Ach, das ist ZDF. Mal gucken, sowas. Was läuft auf ProSieben? Was ist das? Nein. Oh. Was mag das sein? Teletext. Sanctuary. Sieht gut aus, sieht gut aus. Jungs, ihr sollt leveln, ey. Ich hab das schon wieder sehe hier. Boah, ist du ein Verfeile. Boah, kloppst du rein, ey. Eine goldene Rüstung. Eine Master-Violine. Boah, was krieg ich denn alles Schöne? Ach, geht doch. Morning, what? Golden Armor. Boah, Master-Violine. 7000. Heftig, stiftisch. Du kannst ja piksen, ey. Was hast du denn für einen Bogen? Nein. Ein Golden Bow. Sieht besser aus. Bitteschön, Schenkelstirr. Nein, nicht nochmal. Ah. Wer ist der Bade? Oh, eigentlich ein Baden. Den beschenke ich sofort. Pah. Wäre doch gelacht. Was braucht ein Baden für eine Waffe? Hm, das ist erstmal eine goldene Rüstung. Was haben wir noch? Ein Kampfhut. Ein Hütchenhut. Und ein... Oh. Ein Verteidigungsärmchen. Bändele. Ich muss deine Zufriedenheit stärken. Oder auch nicht? Nein, sowas doch nicht. So doof. Du kriegst Fledermausflügel. Und ein Honigding. Was auch immer das ist. Freust du dich nicht? Boah, du Geier, ey. Na Gott. Wo bist du? Bade? Bade? Da. Ein Schwert hat er. Oh. Eine weiße Lanze. Da ist er. Komm her. Chris. Wo ist sie denn? Ja doch, Chris. Eine Merk-Ax. Hey, Spooky-Wald. Machen wir jetzt weg. Hey, 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 hey. Start. Jetzt, ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh. Ja, das ist immer noch da. Aber der Bade kann heilen. Das ist gut. Nee, wieder... Nee, das war der Priester. Der konnte wieder beleben. Ist ganz praktisch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ach, die zwei Alien-Körper da. Die sind fuickig. Oh, Level up. Cake Shop Level 4. Ja, geil. Boah, schon 50 Mann drin gewesen. 1700, ey. Wie sieht's denn mal wieder aus hier mit Station? Boah, sind wir bald dran. Sauber. Da muss ich den Zirkus tunen. Da, 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 da. Oh, das gibt mehr Geld. Oder auch nicht. Ein Eisrohr. Uh, ein Champagner. Haben wir denn noch? Nix, ne? Gut. Da, da... Also macht ihr kein Damage? Tja, ganz toll. Ganz toll. Ich geh kaputt. Medaillenvergabe. Ich weiß auch schon wer. Sefi. Damit du mehr Satification kriegst. Oder Satisfaction. Also die Zufriedenheit. So. Das sollte reichen, oder? Yes. Nein. Eigentlich wäre es gut, wenn man... Das... Da hin macht. Und das... Hier hin. Fürs erste. Mein Gott, klickt doch. Das da hin. Dann den Waffenshop woanders hin. Nämlich hier direkt. So. Ah, sollte genügen. Atomic Guard. Was mag das denn sein? Uh, dicke... Schild. Oh, ich bin schon wieder. Ja, guck einer an. Was werde ich denn? Ich bin ein Farmer. Dun, 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 dun. Ah, jetzt bin ich aber wieder schwach wie Uke. Naja, egal. Leveln ist Leveln. LOL Plus. Wie geil ist das denn? 2500, dann müsste doch ein neuer kommen, oder? Konzert. Oh, das mache ich. Das mache ich. 60. Ja, sieh ja. Fürs Wohlbefinden. Oder so ein Bullshit. Ah, schaust du das? Oh, wie tricky. Hm. Na, geht doch. Habt ihr denn hier veranstaltet? Oh. Wo ist ne Stein-Statue? Ah. Mal schauen, was da drin ist. Ich weiß es zwar noch nicht, aber... Klingt verlockend. Na, sicher wieder die übelsten Freaks drin. Na gut. Dem soll wohl nicht so sein. Ah. So, Unterbade eigentlich auch bei uns. Sehr schön. Ein Magic-Labor. Ich gehe kaputt. Was bräuchte ich da hin? So. Ja. Ja, da unbenötigt. Ja gut. Nein, kaputt. Ach du Scheiße. Zauberer, du bist so schwach. Ach, du hast dich geheilt. Oder auch nicht. Okay, dann will ich mal nichts gesagt haben. Da, 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 da. Warte mal ab. Yeah. Warte mal ab. Was hier los? Geht doch. Golden Helm. Uh. Nice Overworlds. Amethystring. Alter, vertauertes Taktin. Wer der Nächste, der zu uns kommt, hey, der wird sich freuen. Ja, durch den Zirkus mache ich gut Kohle. Das gefällt mir. Weil auch jede Sau reingeht. Ich kaufe mir mal ein paar Items. Äh. Shop. Buy Items. Irgendwas, was. Oder auch nicht. Na gut. Uh. Uh. Wir können unsere Stadt tunen. Oder auch noch nicht. Na, gleich. Wenn die Abrechnung des Monats kommt. Möchte ich mal so meinen. Brauchen wir mal richtig Kohle. Geil. Boah, Zirkus sei Dank. Hm. Waste. Ey. Uh. Drei Sterne erst. Das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht. Da kriegen wir neue Gebäude. Ja. Und wir können unsere Stadt nochmal größer machen. Ja. Und wir kriegen die Miete. Alter Vater. Ich bin gesegnet, Leute. Da glaubt mir keine Sau. Aber es ist so. Eine Schule. Oh, die ist groß. Die ist groß. Wo ich denn die Kackstelle sehen? Äh. Da hin. So. Und ein paar Shops kaufen. Ja. Shops kaufen. Ja. Ja. Ein Fireworkshop. Cool. Das baue ich mal. Äh. Da. Der kann hier hin. Ja. Äh. Was haben wir noch gehabt? Ein General Store. Rotaten. Das rein. Passt sogar direkt hier rein. So. Jetzt noch einen Weg bauen. Hier in der Ecke kann man auch nochmal schön was reinkloppen. Oh, Stumblemore. Wer bist du denn? Ah, Simon. Endlich. Ja gut. Ich rüste mal mal aus, ne? Manage. Adventure. Presents. Ja, sieh ja. Müsste ich nochmal wieder Häuschen bauen, ne? Dann kriegst du mal ein Holy Stuff. Uh. Das wird sich lohnen, du. Äh. Goldene Armor. Den goldenen Helm. Boah, der lohnt sich. Da, 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 da. Was haben wir noch? Amethyst trinken. Ja gut. Boah, 12.000. Ich dreh am Rad. Drei Sterne. Ja. Können wir eigentlich jetzt Events? Townwatch. Wo ist denn hier? Nein. Stadt größer machen. Uh, 200. Machen wir mal. Hm, hm. Stadt können wir noch nicht größer machen. Okay. La, 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 la. Oha, sieh ja los. Ach, du teile. Ah, 2.500. Uh, hab ich schon erreicht. 25 Gebäude. 13 Häuser. Hab ich auch. Alter, hab ich schon alles. Äh, zwei Gebäude nur bauen. Okay. Das krieg ich hin. Ey, korrekt sind wir direkt. Vier Sterne. Ja. Alter. Barbecue Shop. So. Was rein, ey. Uh, du hast eigentlich mal was erreicht in deinem Kackleben Dann wirst du jetzt kein Ritter sondern ein Adventure Ach, Mano Ja, sicher sieht sie gut aus Die gehen mal irgendwann auf den Sack Na gut, machen wir mal einen Stopp Bis später, Leute